Herzlich Willkommen zu Yoshi's Island. Wir sind Welt 2, Welt 7. Also, egal. Welt 2, Level 7. Genauso. Und damit fangen wir jetzt auch an. Lakitos Hinterhalt. Da geht's nicht lang. Oh, ist das ein Fettlack. Den können wir sogar runterschlucken, ob wir ein Boom sei. Zack. Oh, das ist Lakito. Lakito, wo ist Lakitos Wolke? Zack. Oh mein Gott. Geh weg. Oh, Schleck. Zack. Weiter aufgemacht. Und hier. Weiter. So, da oben ist noch ein Lakito. Den schmeißen wir auch mal weg. Und die erste Blume haben wir. Gucken wir mal, ob hier rote Münzen sind. Ja, weil eine. Okay. Und hier haben wir ein Trampolin. Ich mach aber mal alles hier auf. Schauen wir mal. Booms. Hoho. Ist das schön. So. Ja, was soll ich sagen. Ist halt letzte Level vom Schloss jetzt. Also nicht vom letzten Schloss, aber vom Welt 2. Wieso? Komm ich halt nicht durch. Egal. Zack. Vielleicht liegt hier noch mehr. Kann ich das nicht irgendwie mitschlecken? Mitschlecken? Ne. Habe ich mich wohl gehört. Okay. Dann mach ich das hier einfach mal kaputt. Okay. Genug. Und ich hab einen Lag. Oh mein Gott. So. Was haben wir hier? Da sind Münzen. Die holen wir uns auch noch. Zack. Den nehmen wir mit. Und shoot. Shyguy. Oh mein Gott. Ein blinkender Shyguy. Nein. Bleib hier. Du hast eine Münze dabei. Oh du Arsch. Shit. Egal. Halt so wild. Wir hatten nur. Also wir hatten nicht so. Wir deuten viele Münzen. Oh fuck. Äh Quatsch. Münzen. Was dreh ich denn da? Sterne. Äh. Zick. Ey. Wo ist der Shyguy? Wieso komm ich da nicht hoch? Zick. Ah. Eine rote Münze. Ducken. Und jo. Und weiter. Noch eine rote Münze. Okay. Jetzt haben wir schon ein bisschen mehr bedeutender Leben. Ne. Ich geh erstmal unten in die Tür rein. Zack. Oh ein Fettsack. Oh noch einer. Oh zwei. Bums. Hab ein Fettsack. So. Das große Ei. Wow. Nein. Du sollst das große benutzen. Yoshi. Geht doch. Scheiße. Egal. Du nutzt das große halt doch nicht. So. Jetzt hab ich noch ein großes. Ähm. Dafür brauch ich aber ein großes. Nein. 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 Ja. Bums. Gesehen. Es gibt Blumen ohne Ende. Sterne. Mein ich. Alle meine. Jawoll. Gib her. Und. Alles meins. Scheiße. So. Ich hab noch ein großes Ei. Da war nichts. Okay. Komm her. Dickey. 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 Du. Äh. Bums. Blume. Blume Nummer zwei. So. Hier raus. Und jetzt müssen wir da an dem verschlossenen Tor wieder rauskommen. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich irre mich nämlich nie. Und gehen wir da runter. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nicht gut. Auf keinen Fall gut. Oh, was gibt's hier? Nicht viel. Zack. Ah, kack. Gar kein Schaden dadurch, egal. Mach ich halt eine Arschbombe. Ah, rote Mütze, okay. Und hier? Auch nichts, okay. Lalalala, so. Hier rüber. Zack, zack. Oh, bumms, bumms, jawoll. Zack, beide weg. Ist schon irgendwie nervig, das zu machen, aber egal. Zack. Oh, da oben. Okay, nochmal. Oh mein Gott, ich hab ihn. Was bringst du denn? Hä? Ich bin verwirrt, oh mein Gott. Bums. Oh mein Gott, du hast eine rote Mütze. Danke. Ui, knapp. So, jetzt hier Arschbombe. Machen wir den weg. Jawohl, rote Mütze weiter drin. Zack, und zack. Und zack, und zack, und lag. Und zack, und rote Mütze eins. Zack, und alle jeden. Dann muss ich auf der anderen Seite auch noch mal nachgucken, ob da eine ist. Vielleicht ist hier auch noch eine. Schauen wir mal. Was dieser Stein so hergibt. Ich nehme mal an, hier ist eine. Nein, hier ist was anderes. Okay. Ein Leben. Ah, hier geht es nämlich auch noch weiter. Aber nichts Besonderes hier. Okay. Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, drüben. Was gibt es hier? Hier oben gibt es auch noch irgendwas, bestimmt. Hier ist nichts. Hier, nein. Hm. Ah! Okay. Zack. Und hier ist ein Schalter. Da geht es runter. Und rein da. Was gibt es hier? Oh, oh, oh. Ich will jetzt noch nichts machen, aber egal. Nein! Nein! Bisschen ernsthaft, oder? Oh, so schlecht. Ja, okay, das Level können wir schon mal nicht hundertprozentig abschließen. Aber vielleicht ist das Ding ja nochmal da. Schauen wir mal. Zack. Zack. Ja, komm, Yoshi, komm, 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 Yoshi! Zack, weg mit dir. Zack. Und, zack. Und, zack. Und, zack. Und, noch ein letztes Mal. Das Ding kommt nicht nochmal, wa? Das ist traurig. Da kann ich so nicht rein, okay. Ja, muss ich wohl weitermachen. Autsch. Autschen. Zack. Zack. Oh mein Gott, geh weg. Nimm das. Jawoll. Dankeschön. Sehr wunderbar von euch. Moment mal. Ich will dich da oben vorher noch haben. Ihhh. Nee, das Ei will ich nicht dafür nehmen. Ich nehm das dafür. Münzen, juhu. Nein, ich wären doch wahrscheinlich Sterne drin gewesen. Aber da wir volle Sterne haben. Wohl eher nicht. So, dann die Blume da oben. Oh, fuck. Schatz, jetzt hab ich das Gute einbenutzt. So, komm mal her, Lakito. Du da. Hierher. Danke. Du da. Genau. So. So. Da haben wir das Ding auch noch. Die Blume. Mensch.